Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Es gibt ein Königsreich im Sternenhimmel. Ich erzähle dazu eine Geschichte. Ein Botschafter verkündete im Königshof, ein Prinz nähert sich. Die Königin trifft die Vorbereitungen. Die Prinzessin ist ganz aufgeregt. Sie hat so vieles gehört von diesem hübschen Königssohn. Er ist bald da. Die schöne Prinzessin hat Herzklopfen. Obwohl, dieser Ehrengast ist doch gar nicht eingetroffen. Aber in ihren Träumen kennt sie ihn schon, hat oft gesehen. Und sie spürt seine Liebe. Die Königin ist fast fertig. Es ist alles wunderschön geworden. Sie ist sehr zufrieden. Jetzt muss sie noch um die Gäste kümmern. Wen soll sie einladen zu diesem Fest? Sie weiß es gar nicht. Sie befragt den Hohen Rat. Die Älteren sagen zu ihr, sie soll erstmal ausruhen. Und morgen ist auch ein Tag. Und dann werden sie Post versenden, dass das alles rechtzeitig ankommt. Und mit diesem Nachricht könnt ihr auch rechnen. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.